Hallo zusammen, heute möchte ich euch auch mal ein Album zeigen, das jetzt gerade fertig geworden ist mit 12x12 Alben. Ich habe es gerade bei der Steff gesehen, die ihr Album mal gezeigt hat und das fand ich ganz gut. Da habe ich gedacht, vielleicht mache ich das auch mal. Hier hat sich gleich schon mal meinen Kater verewigt und dieses Album ist ein ganz altes, also ich müsste mir jetzt erst mal eine neue welche kaufen. Ich habe vor sehr vielen Jahren mal gescrappt, als ich in den USA gewohnt habe und daher kommt auch das Album. Mein allererstes Layout in diesem Album habe ich vor, ich schätze mal vor vier oder fast vor fünf Jahren gescrabbt, also dieses Album hat sich sehr langsam gefüllt. Und ja, hier war ich sehr inspiriert von Chimel, also jedes Embellishment Cluster hier hat die gleichen Elemente, also bei diesen drei Cluster. Und auch hier bin ich glaube ich noch, ja, relativ durch sie inspiriert. Ja, ich glaube so geht es trotzdem. Auch hier habe ich wieder dieses Dreier-Ding genommen. Hier habe ich ausschließlich so Papierschnipsel benutzt und auf diesem Layout so gut wie gar nichts, also nur tatsächlich hier so ein Doily und ein Kork-Stück, das ich embosst habe und eine Project Life Karte und so ein Brad. Diese Layouts habe ich vor, ja, vor so drei Jahren glaube ich gemacht. Und hier wird es dann, glaube ich, ein bisschen aktueller. Genau, hier ist die Cute-Girl-Kollektion, wobei die ist auch schon, glaube ich, drei Jahre alt und mindestens. Hier war das Hintergrundpapier total schön, also den Sternen und den Mond und die Rückseite von dem hat diesen Spruch drauf. Und dieses Papier hatte ich nur einmal, also habe ich mir diesen Streifen praktisch rausgeschnitten und einfach nur umgedreht. Und damit man es nicht so arg sieht, habe ich hier dann noch so ein paar Embellishments drangesetzt. Hier ist mal ein relativ dimensionales Layout, also für meine Verhältnisse. Hier ist eine wichtige Blume drauf und Brads und Metallstücken. Ja, das sind zwei Layouts. Ne, stimmt nicht, also sind beide mit Papieren und Embellishments von Wild Whisper gemacht. Aber das habe ich so gemacht und das war mein Design-Team-Layout. Meine zwei Winter-Layouts, die im vorletzten und im letzten Jahr entstanden sind. Jetzt hier sieht man schon, dass ich meine Hip-Kits bekommen habe und praktisch mit den aktuellen Kollektionen gescrappt habe. Das sieht beides aus wie Paige Evans. Hier von Pinkfresh sieht beides total gut aus, so nebeneinander. Da ist auch sehr wenig drauf durch dieses Hintergrundpapier. Ja, wenn das so unruhig ist oder da schon so viel drauf ist, dann mag ich immer nicht noch viel drauf tun und habe nur hier unten in der linken Ecke ein bisschen was dazu geklebt. Hier ist ein Layout, da habe ich die Embellishments alle selbst gemacht, aus so Papierresten. Ja, auch wieder sehr simpel, nur ein paar Embellishments, ein bisschen Papier. Das war auch ein Script-to-Sketch-Layout meine ich. Zu einigen meiner Layouts gibt es Videos, die verlinke ich einfach mal am Ende bzw. unten in der Infobox. Ja, ich verscrappe meistens so Fotos, die ich einfach so habe, also ja so Schnappschüsse, so wie hier oder hier oder hier auch. Und mit diesem Layout ist es dann voll, das Album. Also ich habe glaube ich dazu noch solche Expander, also dass man das auch noch größer machen kann. Vielleicht krame ich die nochmal raus. Also dieses Album ist schon so alt. Das habe ich in den USA gekauft vor etlichen Jahren. Man sieht hier schon, mein Kater hat sich da dran versucht. Ja, ich hoffe mein Album Durchblätter-Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.